Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Dienstag, am 1. Oktober 2024, sprechen wir über den Bitcoin-Preis im September. Wir sprechen über die Bitcoin-ETFs und Ferien in Asien. Dann sprechen wir über den Base-Creator Jesse Pollack und das Coinbase-Wallet. Sprechen kurz über den NFT-Markt und über Eigenlayer. Springen wir in diese erste News-Story und zwar sprechen wir über Bitcoin. Der Monat September war ja tendenziell rein statistisch gesehen eher ein schlechter Monat. Aber es scheint so, als hätte Bitcoin den Fluch gebrochen. Denn der September war ein sehr, sehr guter Monat, sogar ein grösstes Plus seit 2013. Und das zeigt nun mal, dass der Bitcoin-Preis sehr, sehr volatil sein kann und auch entsprechend überraschen kann. Das geht sicherlich auch mit dem Zins-Cut der Fed einher. Das heisst, die 50 Basispunkte, die die Fed reduziert hat, werden sehr wahrscheinlich auch einen positiven Einfluss auf den Bitcoin-Preis gehabt haben. Jetzt ist da natürlich die Frage, wie geht es weiter? Denn historisch gesehen sind der Oktober und November tendenziell auch wieder sehr, sehr gute Monate. Rein durchschnittlich geschaut wäre der Oktober mit etwa 21 Prozent plus ein sehr, sehr starker Monat und der November sogar noch stärker mit 46 Prozent. Stand heute sind wir aber mit knapp 0,5 Prozent im Minus und der Bitcoin-Preis sitzt etwa bei 64.000 US-Dollar. Die Grenze von den 65.000 hat also auf den Monatsschluss nicht gereicht. Aber viele Leute schauen jetzt in Richtung 70.000 und sagen auch hier, diese kleine Korrektur sollte kein Problem sein. Das bringt mich aber zu der nächsten News-Story. Und zwar über die Bitcoin-ETFs sprechen wir auch gerade. Die haben natürlich auch sehr viel dazu beigetragen, dass der Bitcoin-Preis schön angestiegen ist. In den jetzigen Tagen wird es aber sehr wahrscheinlich ein bisschen ruhiger sein, zumindest aus asiatischer Seite. Denn spezifisch in Asien, in China geht gerade die Golden Week und in Hongkong ein Tag. Und bei den Südkoreanern spricht man von Armed Forces Day, was entsprechend ein neuer Ferientag darstellt. Das kann dann natürlich auch bedeuten, dass die Kryptotrader aus den asiatischen Ländern eher nicht so aktiv sind, weil sie jetzt gerade ihre Ferien geniessen. Südkorea zum Beispiel ist eines der Hauptmärkte, welches den Bitcoin-Handel nach wie vor sehr stark antreibt. Und somit natürlich bei einem Wegfall entsprechend eher eine Seitwärtsbewegung zu erwarten ist. Wichtig auch, die Fed wird sehr wahrscheinlich nicht sofort nochmal so krass reduzieren, also spezifisch bei den Zinsen. Das hat auch Jesse Powell im Monat September ganz klar gesagt. Das heisst, es bleibt abzuwarten, ob wir wirklich einen Uptober, also einen steigenden Oktober erleben werden, oder ob es vielleicht eher ein milder Oktober und dann idealerweise ein starker November sein wird. Dann sprechen wir über den Base-Creator Jesse Pollack. Jesse Pollack ist sehr bekannt auf den sozialen Medien als eigentlich der Hauptantreiber von Base, der L2-Lösung, die jetzt auch auf Ethereum basiert und von Coinbase Seite gestartet wurde. Jesse Pollack wird jetzt nämlich ins Management-Team von Coinbase aussteigen und auch gleichzeitig das Coinbase Wallet antreiben. Und das ist insofern ein sehr spannender Wechsel von seinem jetzigen Arbeitsort, denn Jesse Pollack ist nicht nur der Gründer von Base, sondern war eigentlich auch immer ein sehr starker Antreiber von besseren UX, also Nutzererfahrung in der Kryptowelt. Ich sage schon seit Jahren hier im Podcast, dass Krypto tendenziell nicht ein Technologieproblem hat, sondern ein UX-Problem, also die Nutzererfahrung, um, sagen wir, einen Bitcoin von A nach B zu schicken, ist einfach immer noch viel zu schwierig. Jesse Pollack möchte nun beide dieser Elemente verbinden, also auf der einen Seite die Base-Skalierungstechnologie und auf der anderen Seite natürlich das Coinbase Wallet. Coinbase hat mit seinen mehreren hundert Millionen Nutzern natürlich eine sehr, sehr starke Nutzerbasis, bei welcher sie schlussendlich das Coinbase Wallet dann auch platzieren kann, um diese nächste Welle von neuen Kryptoinvestoren an Bord zu holen. Zusammen mit diesem Wechsel, wie gesagt, wechselt er auch ins Management-Team. In diesem Management-Team sind Stand heute acht Leute und Jesse Pollack gehört nun offiziell damit dazu. Sprechen wir über den NFT-Markt. Während der September tendenziell für Bitcoin und Co. ein guter Markt gewesen ist, war er für die NFTs eher ein schlechter Markt. Knapp 300 Millionen US-Dollar waren die Umsätze. Und auch bei den Transaktionen gibt es eine Flaute, denn im September waren es nur fünf Millionen Transaktionen, rund zwei Millionen weniger als einen Monat zuvor. Was passiert mit den NFTs? Das ist das grosse Fragezeichen. Die NFTs haben so ein bisschen das Statussymbol für den Moment verloren. Es ist nicht mehr das typische Ding, das man entweder an der Wand oder auf der Uhr oder auf dem Handy trägt, sondern es ist halt wirklich nur ein Bild oder eine Mediendatei, die man schlussendlich nicht nutzen kann. Jetzt ist die Frage, werden die NFTs zurückkommen? Viele sagen ja, ganz klar, aber erst wenn da der neue Anwendungsfall kommen wird. Und das sehe ich ähnlich. Ich glaube, Stand heute ist die NFT-Technologie, so wie sie existiert, halt nicht so nützlich gewesen, wie man ursprünglich angenommen hat. Aber die Technologie wird ja nach wie vor weiterentwickelt. Und die Idee ist natürlich da auch, dass schlussendlich die NFT-Technologie dann in etwas anderes fliesst, sagen wir, ein Grundbuch oder ein Tokenisierungsansatz etc. und somit natürlich zu einem Alltagsgegenstand wird, wie man ihn auch aus der Kryptoindustrie kennt. Das klassische Flex-Symbol, also dass man mit etwas angeben kann, dass man ein NFT hält, das hat sich nicht bewährt, zumindest nicht bei den grossen Teilen der Projekten. Im Moment sind es vielleicht drei Projekte, die nach wie vor die NFTs antreiben und das sind sicherlich die CryptoPunks, vielleicht die Pudgy Penguins und die Bored Ape Yacht Club NFTs. Wenn die NFTs zurückkommen sollten, braucht es da natürlich ganz klar einen Katalysator. Was dieser Katalysator sein könnte, ist noch unklar. Und zum Schluss sprechen wir noch über Eigenlayer und den Eigen-Token. Der ist heute Morgen nämlich auf Binance gelistet worden und steigt auch gleich auf 6,51 Milliarden US-Dollar an FDV. Das ist Fully Diluted Valuation und zeigt mit einem Preis von 4,20 Dollar auch relativ eine gute Stärke. Knapp 86 Millionen Tokens davon wurden als Airdrop an die Nutzer von Eigenlayer verteilt und 1,67 Milliarden US-Dollar der Tokens wurden jetzt auf den Markt gegeben. Es ist davon auszugehen, dass Eigenlayer nach wie vor an der Innovation arbeiten wird und sie labeln ihr eigenes Token jetzt nicht nur als reines Governance-Token, sondern sie sagen, es ist ein Universal Intersubjective Work-Token, also ein Token, den man schlussendlich für die Nutzung des Protokolls brauchen wird. Die TVL ist allerdings runtergegangen. Total Value Locked ist knapp 20 Milliarden US-Dollar auf knapp 10 Milliarden US-Dollar im Juni gesunken. Und das zeigt ganz klar, die Leute waren enttäuscht von dem Airdrop, denn es war ein sogenannter gelockter Airdrop. Das heisst, man hat die Token zwar erhalten, aber sie waren eben nicht handelbar. Und diese sind nun offiziell per heute auch auf Binance handelbar. Wenn du zu diesem Thema mehr erfahren möchtest, erfährst du auf Airdrop One mehr dazu. Den Link dazu natürlich in der Podcast-Beschreibung. Das war es vom heutigen Podcast. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.